Tipp Tutorial Wie erkenne ich, wo das Buch steht? Die bei Ihrer Recherche gefundenen Treffer können innerhalb der TIB auf verschiedene Standorte verteilt sein. Einige zeigen wir Ihnen beispielhaft in diesem Video. Wenn Sie in unserem Portal nach den Begriffen Architektur, Bildwörterbuch, Begriffe suchen und ein Häkchen bei Nur im Katalog der TIB suchen setzen, bekommen Sie diese Trefferliste. Das Häkchen an dieser Stelle bewirkt, dass nur Bücher, Zeitschriften, Reports und Konferenzen, die sich im Bestand der TIB befinden, gefunden werden. Wenn Sie wissen möchten, wo sich der Treffer mit dem Titel Architektur, das Bildwörterbuch aus dem Jahr 2023 befindet, klicken Sie auf den Titel. In der Detailanzeige bekommen Sie die Information, dass wir ein sofort verfügbares Exemplar von diesem Titel haben. Klicken Sie auf Zugriff Campus LUH, werden Ihnen unter anderem der Standort, nämlich LARG 1a und die Signatur des Buches U24b 175 angezeigt. Außerdem sehen Sie hier, dass sich der Titel in der TIB Technik Naturwissenschaften im großen Lesesaal im zweiten Stock befindet. Klicken Sie nun auf die kleine Grafik, bekommen Sie den räumlichen Standort des Werkes innerhalb der Bibliothek angezeigt. Dieses Buch steht im großen Lesesaal im zweiten Stock, im Regal Nummer 009. Sie können es selber dort abholen. Interessiert Sie der Standort des Titels Architektur, das Bildwörterbuch aus dem Jahr 2012, klicken Sie wieder auf den Titel und danach wieder auf Zugriff Campus LUH. Auch dieses Werk befindet sich in der TIB Technik Naturwissenschaften. An dem Bestellen-Link erkennen Sie, dass das Werk nicht frei zugänglich im Freihandbereich, sondern in einem geschlossenen Bereich steht und von dort aus bestellt werden muss. Klicken Sie auf den Button, werden Sie aufgefordert, Benutzernummer und Passwort Ihres Bibliotheksausweises einzugeben. Nach Eingabe dieser Daten wird das Buch für Sie nach 90 Minuten an der Leihstelle bereitgestellt. Dort liegt es eine Woche lang auf Ihren Namen zurück. Interessiert Sie das Buch Grüne Architektur, klicken Sie wieder auf den Titel und dann wieder auf Zugriff Campus LUH. Von diesem Werk hat die TIB zwei Exemplare, die an verschiedenen Standorten stehen. Das erste Exemplar steht am TIB-Standort Conti Campus und dort im Fachbestand der Ziehungswissenschaften. Es steht im Freihandbereich und ist verleihbar. Das zweite Exemplar steht am Standort TIB-Reten. Das erkennen Sie an der Standortbezeichnung Haus 2. Auch dieses ist verleihbar und kann über den Bestellen-Button in die TIB-Technik Naturwissenschaften bestellt werden. Diese Bestellung dauert einen Werktag.